Ob höchste chemische oder mechanische Beständigkeit oder Verfärbungsfreiheit bei sensiblen Belägen, Ardex Spezialfugen sind die perfekte Ergänzung für alle Sonderanwendungen. Ardex WA, die Epoxy-Fuge. Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik und zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen. Bei Beanspruchungen gegen die Zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar oder zu unbeständig sind. Ardex WA ist chemikalienbeständig und hochbelastbar. Für Innen- und Außen geeignet, für Wand und Boden. Ein Produkt auf Epoxidharzbasis, für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm. Für alle Bereiche, in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten. Zum Beispiel in Schlachthöfen, Molkereien, Großküchen, Brauereien, Schwimm- und Heilbädern. Auch wenn es um spezielle Anwendungen geht. Ardex – einfach perfekte Fugen. Beерauin. Ab�� Rö contingentざ今日. Mir ab bin, bergt Waitier. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.